Gar keine Lust. Das ist die Toilette. Oh mein Gott, ich muss kranken. Wer hat seine Munition in meinen Scheiß ausgelegt? Wer hat seine verfickte Munition in meinen Scheiß ausgelegt? Na, ihr steckt uns bevor das geht. Wir spielen wieder Borderlands 2. Es ist schon lange her. Habe ich auch in Alice in Madness gesagt. Und ich sage es ja auch nochmal für die anderen Zuschauer, die nicht Alice in Madness schauen wollen, weil sie keinen Bock auf Alice in Madness haben. Vorschlag. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Ich denke nicht. Wir haben letztes Mal aufgehört und... Nein, wieso sollte ich denn Folterpapier zeigen? Ich bin doch eh viel besser und viel cooler. Was bin ich auf jeden Fall? Keine Gegner? Verdächtig. Oha. Welche haben wir denn da? Ey. Ich schrotifiziere dir die Fresse. Merkwürdig befriedigend. Wow. Betreib doch nicht, Junge. Woh. Bam. Auf Wiedersehen. Freestyle. Oh. Au. Fuck. Komm schon, Schild. Dich dreh ich durch den... Komm schon, Schild. Was? Löst du von deinem Schild, ja? Oh. Highshot. Du hast schon verloren. Oh. Bam. Da oben. Weißt du noch, wie du den Kerl kalt gemacht hast? Das war witzig. Ja, es ist witzig. So. So, ja. So richtig, Herr Payhill. Ich muss sagen, die Schrofflid ist ein bisschen... ...gewinnutsbedürftig, weil ich hatte nur zwei Schüsse und das finde ich ein bisschen lästig. Mit der Hand kann ich ein bisschen öfter drauf knallen. Ach, das sind noch welche. Genau, gehen wir zu Hilfe. Komm. Wut, 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 wut. Wut, 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 wut. Wut, wut, wut. Wut, wut, wut. Wut, wut. 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 Ich wollte nichts sagen, aber... Ey. Ey. Jetzt bin ich hier oben. Na toll. Ich weiß noch nicht, ob das scheint. Mal schauen. Was haben wir hier? Wenn Munition dich nicht brauche. Hier haben wir auch noch ein paar Kisten. Nein, also, ich brauche nur zwei, ich bin zu farmen, muss man dann gesagt haben. What the hell is going on with you? Ich bereue nichts! Oh, das war so niedlich! Habt ihr den nicht auch süß gefunden? Ich fand den süß! Oh oh! Und wieder ein sauberer Kill! Nicht schon, nein, wieder eine Granate! Wie viele Granaten habt ihr denn? Jetzt komm her, du Xer! Da ist auch einer! Weil ich es schon will! Okay! Okay, das war's glaube ich! Super! Kann ich mich also noch umschauen ein bisschen? Hier habe ich noch Muni! Sniper Muni! Genau, die brauche ich! So, jetzt schauen wir mal! Da vorne ist ClapTrap! Ah, hier haben wir gebattelt! Jetzt warte ich wo ich war! Ich bin hier gerade übersprungen! Anscheinend! Ich hätte jetzt an, um einen heute zu übersprungen! Ihr müsst mich nicht zusammenschlagen! Wir können über alles reden, okay? Hier! Ich nehme euch das ab! Hallo, ClapTrap! Wie geht es dir? Oh, sehr gut! Ich wünschte nur, ihr würdet mich nicht verprügelen! Warum? Weil sich wie tut! Guter Einwand, ClapTrap! Aber wenn wir nicht verprügelen, geht es uns besser! Ich weiß, ich weiß, aber mir geht's dann schlecht! Aber ClapTrap, du bist ein Romator! Kannst du Schmerzen überhaupt empfinden? Tja, äh, nein! Nein, schätze nicht! Es tut uns einfach gut, auf dich einzuschlagen! Und dir tut es nicht weh! Es kommt also niemand zu schaden, wenn wir weitermachen! Richtig? Da ich jetzt darüber geredet habe, glaube ich, dass ihr die besseren Argumente habt! Also nur zu! Verprügelt mich! Leil! Okay, dann ne Granate mal! Das ist die Lebe! Wir haben überlebt! Wirklich! So! ClapTrap, alles klar! Ja, Untertan! Das, wie gesagt, bereden wir nochmal! Ah, jetzt haben wir unseren kleinen ClapTrap Reader! Ich habe ihn vermählt, muss ich erst sagen! Jetzt haben wir ihn wieder! Okay, mal schauen, was wir machen müssen! Ich weiß es gar nicht! Wir haben jetzt da die Mission Finde Flay... Flint! Wir müssen Flint töten! Diesen einkobischen Arsch da! Okay, ich würde... Beschütze mich Untertan! Beschütze mich Untertan! Ja, 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 ja! Wie, was? Walsch! Glotzt du mein Schotti an? Glotzt ja mein Schotti nicht an! Okay! Oh, heftig! Ich habe nicht... Ich schwöre, ich habe nicht geglotzt! Ich schwöre! Ich schwöre, ich habe nicht geglotzt! Wenn ich glotzen würde, würde ich... würde ich anders schauen! Glaube ich zumindest! So, jetzt lasse ich die mal hier so schießen! Ich gucke mich mal um! Vielleicht fände ich ja noch was! Da drin waren wir! Da sind wir hergekommen, ne? Ja, klar! Okay, jetzt sind wir quasi am selben Ort! Bleh? Ne, ja! Ach, da oben! Ach, da! Oh! Ich lebe! Das ist völlig in Ordnung so! Ah, ja! Geschieht dir recht! Wenn du meinst, dass das okay ist, wenn der Kamerad stirbt und du lebst, dann bist du aber nicht ganz zauber! Weil man lasst seine Kameraden nicht in den Stich! Wir sind hier keine Kameradenschweine! Haben wir uns verstanden? Wischen? Oh, Lagerfeuer! So! Waaah, da ist noch was! Mal gucken! Muni! Hab ich! Ja, ich will schnell den Farben hier! Und gibt's hier noch was zu finden? Ah! Ich kann keine Treppen steigen! Wir müssen irgendwie anders raufkommen! Oh, ein Kran! Finde die Steuerung! Ah, ja! Okay! Darf ich jetzt Kranfahrer machen, oder? Wow! Das ging aber schön in die Luft! Okay, die Sachen sind unnütz! Okay! Wirklich? Du dänst ab? M-mh! Ne! Nö! 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 Dazu sag ich gar nicht! Nicht scheiße dazu! Überhaupt nicht! Nö! Na! Gar keine Lust! Das ist eine Tolette! Oh mein Gott, ich muss klacken! Wer hat seine Munition in meinen Scheiß ausgelegt?! Wer hat seine perfekte Munition in meinen Scheiß ausgelegt?! Wer war das?! Nö! Ah! Nö! 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 er hat es da ist reise ich die zucker aus niemand schlägt munition nein scheiße aber er hat verstanden munition gehört nicht in meinen scheißhaus ich will keine munition meinem scheißhaus vor allem ich trinkt das und das geht ja nicht der feist hat mir nach oben die kette welch noch h bingobanker ich hätte gern mal irgendwie so die säure Waffe weil ich so ihre Fündchen hier ganz cool muss ich sagen aber abwarten vielleicht gibt es noch besser auch da mehr jemanden ja du kleiner Nervenwolld eh alter nein mein Schild alter 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 Pause Pause das war eklig und warum ich frotifiziere dir die Fresse halt's Maul halt's Maul halt's Maul ja sowas pecht mich an wenn ihr mich beleidigt ich beleidige euch auch nicht so ich hätte gern irgendwie wieder mal einen Verkaufsstand weil hier sind so viele Sachen wahrscheinlich ist mein Inventar eh wieder übervoll ich müsste wahrscheinlich eh mal wieder voll verkaufen aber ich habe eh viel Geld ne wollte ich mal so erwähnt haben ich meine 5000 Dollar das ist schon eine nette Summe für den Anfang glaube ich ist das gut ich find's gut egal was ich sagt ich find's gut aber da ist einer aber da ist einer ok ich töt noch mehr von euch ja der kommt aus dem Scheißhaus raus die kommen aus dem Scheißhaus raus die kommen aus dem Scheißhaus diese Wichser hör auf aus dem Scheißhaus raus zu kommen gar nicht sexy der Wichser hat mir immer meine Ladies geklaut gar nicht cool wenn ihr aus dem Scheißhaus kommt nimm das ah na die Granator fällt nimm das so wird das gemacht ja nicht anders ja legt es nicht mit mir an ich bin mein Riccardo gerade boah Geld noch mehr Geld ja man Geld noch mehr Geld die waren gar nicht auf dem Scheißhaus oh doch der war auf dem Scheißhaus war die da mal ich ja ne mein Scheißhaus ja gut das war sein Scheißhaus aber warum scheiß mal auf Munition ich bin voll das heißt entsorgen so was entsorgen wir eher ich glaube eher mal die Lowi Waffen die so gar nichts an Geld bringen und die was Geld bringen nehmen wir mit das bringt Geld und die sind laut Gott dann war's Stasch dann gehen wir mal noch Zeit untertan auf unbewertlichen Plattformen umzustehen ist meine drittliebste Lebensbeschäftigung und gleich nach Tanzen und Beinen ja ich hab dir alle nicht gesehen ich bin warum bin ich da runtergesprungen ich weiß es nicht ich verstehe ich hätte Beine warum dann müsstest du laufen und so rumballern wie ich müsstest du die Arbeit machen ja überlegst du mal schon du möchtest dann arbeiten und schon möchtest du nicht schon arbeiten das ist schon gut yeah freestyle wow 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 dann komm rauf es geht auf servus servus wo es geht alles klar Klebtrap jawohl sagst du halt nix legst du mir halt am Arsch fick die ins Knie die helfe ich nie wieder bläder wichser ja hast du mich schon verstanden so jetzt bin ich stingy jetzt werde nix mehr tun jetzt habe ich kein Bock mehr nein jetzt werde ich karten nein nein bedankt sein bei Klebtrap ich werde jetzt karten ich habe kein Bock mehr jetzt reicht es mir nein nein verkaufen willkommen im bescheidenen laden ok den breite ich die dich den behalte ich die dich 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 ok ok cool ok was kannst du verbraucht drei munitionszus explodiert beim nachladen wie eine granate Und die verursacht extra Explosionsschau. Nee. Lass mal. Das ist meine besser. Nee. Ich glaube nicht. Nee. Nee. Obwohl, äh, ich weiß nicht, wie stark jetzt Flynn wird. Ich kenne ihn ja nicht. Ich glaube, der müsste jetzt gleich kommen. Habe ich so ein Gefühl. Weil das sieht nach Boss-Base aus. Ich meine, schaut euch das an. Das ist riesig. Da kommt doch jeder Vollidiot drauf. Okay. Ich glaube, ich werde erst mal... Oder wartet. Ich werde zuerst mal die Snipe nehmen. Weil da haben wir erst mal Fernangriff. Ich werde es und dann Kampf mal auswechseln. Okay. Geh mal runter. Was ist denn da? Komm raus, Flint! Deine Clap-Trap-Einheit ist wieder da! Mit? Uh-oh. Ich wusste es. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Ah-ah-ah. Captain Flynn... Burn, baby, burn. Okay. Arno, Sir! Es tut mir leid, Captain Flynn, Sir! Bitte versangen Sie mich nicht wieder! Fickte überhaupt Teddys? Okay. Versuchen wir doch mal das Beste, das zu machen. Uh, heftig. Ich geh mal näher ran, weil... mich würde interessieren, ob ich den... Ja, klar kann ich den Headshotten. Oh. Aufpassen. Hier sind so viele Gegner auf. Ah, fuck! Oh! What the fuck is that? Du sch... Alter, was? Was? Das war nicht so schwierig. Oh, oh! Nicht schon wieder, 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 nicht schon wieder. Ah, fuck. Ich muss jemanden töten, schnell. Den da... Also, wo waren wir noch mal? Okay. Nimm das! Boah. Digga, betreibt doch nicht. Alter! Ja, es ist heiß, lass mich. Gute Idee. Gute Idee! What the hell? Ich wollte mich jetzt selber in die Luft nicht fallen. Jetzt bin ich angepisst. Ja, ich auch. Wo ist der... Da, der Penner. Ist gut. Wer ist der Nächste? so ok wo ist der Wechsel wo ist der Wechsel wo ist der Wechsel ah mein Junge boah die machen dem Gebel Sau lass den Scheiß ah fuck wo sind die? ich baue nen Gegner ja genau gehen wir vor die Flinte nein scheiße ich sterbe nein oh shit ich bin gestorben alter der macht damage das ist abnormal das muss ich den nochmal von neu machen oder wat ok Sniper keine gute Idee Sniper keine gute Idee definitiv nicht den trifft mal fast nicht auf den Kopf obwohl das so ein großen Kopfkopf hat beträchtliche Profite eingetragen das ist so wie der Pool ne ja so wie der Pool so wie der Pool das wird so gut aussehen wie der Pool alter übertreib doch nicht ich werde dich verbreiten du bist nicht mein ganzes Wort du bist nicht mein ganzes Wort so der Wechsel geh mir doch nicht auf den Sack geht mir doch nicht auf den Sack boah der kriegt einfach keinen Schaden der Wichser hier ich mach doch gleich alle mal aus jetzt steigt das selber nicht lang ja die Schrot macht gut Schaden boah das ist gut so mach ich ihn fertig so mach ich ihn fertig oh oh wow wow w fullgleich tot lass töte mich schnell töte mich töte mich danke komm her komm her geh mir auf den Weg komm her du Wichse Ja, voll. Jetzt verreckt doch eigentlich. Das wird dir nicht gefallen. Ja, ich hab ja auch Superkräfte. Das stimmt. Hätte ich jetzt fast vergessen. Er ist vielleicht tot. Ja. Du bist der furchterregendste Krieger, den dieser Gletscher je gesehen hat. Endlich. Wir haben ihn down. Wir haben ihn down. Wir haben ihn down. Wir haben ihn down. Geh mir auf den Sack. Ich vermisse sie. Ich vermisse sie so sehr. Boah, geht mir nicht auf den Sack. Geht mir doch nicht auf den Sack. Auf den Sack. Auf den Sack. Okay, er geht mir auf den Sack. Ich glaub, meine Organe sind macht. Mir kannst du es nicht aufnehmen. Als Mal. Wir haben meine Schilde verloren. Auf den Sack. Auf den Sack. ähm äh toll komm her komm her oh oh ich muss nachladen äh schnell schnell halt doch still oh Gott sei dank oh jetzt wäre es fast mein Ende gewesen was hätten wir boah war das jetzt schwer na klappt er ok jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff ok ok flenst tinterbox what the huck die teste ich jetzt schon mal besten mal aus hier ja los will ich mal sehen ist die cool wo hat die viel money hat die viel money leg mich alter Schwede die hat voll viel money schaut mal auf die money schaut mal auf die money das ist krass da kann man ja voll spam hätte ich sie nur ein bisschen mehr damage damit ist richtig geil sooo zum verkaufen gibt es nichts mehr sehe ich das richtig oder wie sieht das hier aus klappt ok ist nicht wag ist weg ich bin aber der 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 das ist ja klar genau pingo pingo ok ist nichts okay und nun das centuary mal los strecken so ja ja also der wird wahrscheinlich wieder ununterbrochen labern deswegen lass ich das jetzt mal höre ich mir nicht an und okay ich will sagen wir machen nächstes mal wieder weiter ich bin euer Reketa Bingo und bis jetzt mal nicht mal wieder wenn es wieder heißt Claptrap rette mich von den Riegelbrocken und ramble mich ins Knie was ich tun werde Reketa gebrochen Halt falls die andere Tour nicht funktioniert 4 Luftschlangen 5 schreibst du das auch mit Untertan bis du bist überhaupt noch da Tschüss gut gemacht Rico und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln ich sagte 10.000 perfekt ARD Text im Auftrag von Funk